Neben, hier steht Christopher Schnell. Herzlichen Glückwunsch, Christopher, für die, ja, dass du weitergekommen bist. Dankeschön. Dein Song war echt gut, aber du hattest auch von Tita Bohlen oder von der Jury Kritik bekommen. Wie bist du damit hingegangen? Ja, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Nächste Woche wird besser. Was hast du geplant für nächste Woche? Nächste Woche werde ich wieder ganz viele Emotionen zeigen und ganz viel Gefühl im Song verarbeiten. Ich glaube, das ist dann das Erfolgsrezept nächste Woche. Was sagst du zu der Entscheidung? Ja, ich bin froh, dass die Fans an mich glauben, mich weitergewählt haben und, ja, hoffentlich werde ich es nächste Woche dann zumindest belohnen und mich so bei den Fans bedanken. Möchtest du vielleicht in die Kamera noch ein paar Dankeswort zu sagen? Vielen lieben Dank. Abonniert alle diesen super geilen Channel, dass der auch ganz viele Abonnenten bekommt. Vielen Dank. Peace out. Danke.